Die nächste Creed-Aufgabe lautet, wirf Geländereifen und drehe ein umgekipptes Fahrzeug um. Landet zum Beispiel an diesem Orientierungspunkt hier. Geht jetzt hier zu den Reifenstapeln hin. Zerstört die Reifenstapel, dann erhaltet ihr Geländereifen. Hier habt ihr vier Stapel insgesamt. Also mal schauen, wie viele Reifen es uns gibt. Hier gibt es uns nochmal Reifen und hier hättet ihr notfalls nochmal einen Reifenstapel. Sammelt jetzt ein bisschen Material. Schmeißt die Reifenstapel, dann müsstet ihr die erste Phase erledigt haben. Sammelt jetzt die Reifenstapel wieder ein. Den Gegner eliminiere ich noch schnell. Also baut jetzt hier zwei Rampen hin. Schnappt euch hier das Fahrzeug. Fahrt mit dem Fahrzeug vor die Rampe hin. Werft jetzt die Geländereifen auf das Fahrzeug. Zerstört jetzt mit der Waffe hier die Reifen auf einer Seite. Steigt jetzt ein Fahrzeug ein und fahrt mit den zwei linken Reifen auf die Rampe. Wie ihr seht, kippt das Fahrzeug um, verlasst das Fahrzeug und jetzt betätigt ihr die Taste, dreht das Fahrzeug wieder um und schon müsstet ihr die Aufgabe erledigt haben.